Wir machen heute ein bisschen passende Angriff auf alle Rappen. Das Spiel habe ich noch einmal zwischendrin dabei. Die Spieler können schon immer das organisieren. Als erstes passende Schicht mit entsprechendem Laufen und allem, was dazu gehört. Und dann machen wir dann ein bisschen von Bisschen. Der erste Hütsch hat jedes Hütschen eine Gruppe. Der erste Hütsch und der erste Hütsch hat einen Ball. Der erste Hütsch und der 있나 beim Bisschen setzen? R Copyright Unterhand'� und die Szene nehmen. Abonniertsificación�! Kyle gesassa! Untertitelung. BR 2018 Mach schnell und mach gut. Im Moment haben wir das Problem, dass zu viele Bollen noch schlecht gespielt werden. Entweder sie kommen zu tief oder sie kommen zu hoch, dann stimmt die Richtung nicht. Oder sie kommen auch vielfach zu fest. Ihr müsst aus dem schnellen Laufen trotzdem den Mitspieler beobachten und sanft passen. Das ist das Ding. Und in dem Moment, wo ihr dann weiterlauft oder passt, müsst ihr aber gucken, dass es keine Zusammenstöße gibt. Weder Ballmensch noch Menschmensch. Ballmball haben wir noch nicht geschafft, oder? Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018